Ich meine, das ist wahrscheinlich auch der Punkt, den ich versuche bei allen Sachen irgendwie rauszuhören, dass diese Beziehungsebene halt ganz wichtig ist, weil das ermöglicht einem halt viele andere Prozesse einfacher zu sehen und jetzt wie du es nochmal so gesagt hast, auf das One-on-One-Gespräch quasi runtergebrochen, liegt das ja sogar noch und deswegen ist das Schöne, wenn wir in solche Prozesse dran reindenken, weil stellt sich tatsächlich heraus, dass man, wenn man das so angeht, dann steht ja diese Beziehungsebene sogar noch vor der Verantwortungsfrage, das heißt dann ist nicht mehr Verantwortung super wichtig, sondern eigentlich musst du erstmal den Grundstein legen, dass, und darüber haben wir ja auch schon oft gesprochen, dass es einfach eine Beziehung gibt, in der die Kommunikation nicht eingeschränkt ist oder gar nicht passiert und wieso sind wir ein Fan von quasi One-on-One-Gesprächen, gerade bei solchen Entwicklungsthemen und das haben wir glaube ich vor ein paar Wochen, wie du mal über Team, also wie wir über Teambesprechungen gesprochen haben, also virtuell oder hybride, wo nämlich auch, also bestes Beispiel aktuell, es gibt einfach in einem gewissen Kontext, wird man in einem Teamschurfix nicht so einfach seine eigene Meinung sagen können, weil vielleicht gibt es nur Bildschirme, vielleicht hat die Hälfte den Bildschirm an, vielleicht hat die Hälfte den Bildschirm aus, vielleicht ist die Hälfte vor Ort, die anderen sind zu Hause, das ist ja natürlich ein ganz anderes Gefühl, da wirklich sagen zu können, wie du es jetzt auch formuliert hast, wenn einem irgendwas stört oder wenn man irgendwas nicht versteht, wenn ich aber das Ganze auf eine Ebene runterbringe wie mehr oder weniger informelle One-on-One-Gespräche, also informell im Sinne von, es gibt keine Agenda von der Führungsgraft und das passiert jetzt nicht jede Woche am Dienstag um 9 Uhr, sondern man kann hin, Drop-in-Termin für 30 Minuten, kann ja durchaus sein, Open-Door-Policy, wie auch immer und dann kommt man dem im Ganzen näher, weil dann hat man nicht diese Distanz von der Führungsgraft, die ja auch, muss man auch dazu sagen, wird ja oft quasi gesehen als so eine, wie soll ich sagen, eine weit entfernte Ebene, also eine Identifikation mit dem Unternehmen, das heißt, da ist immer so eine Distanz da, wenn ich jetzt aber diese One-on-One-Gespräche habe, wo ich vielleicht informell rede und mir eigentlich nur anhöre, was die Mitarbeitenden, was sie beschäftigt, dann komme ich diesen Ebenen ein bisschen näher, weil dann ist die Führungskraft nicht mehr in Person des Unternehmens da, sondern fast auf der gleichen menschlichen Ebene wie man selber.